Heute möchte ich dir zeigen, wie du mit deiner Vergangenheit abschließen kannst und wie du einfach loslassen kannst. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Deep Talk Podcast. Mein Name ist Marco und ich weiß, die Vergangenheit kann was ganz schweres sein. Vielleicht hast du einen Fehler gemacht, die hat dich bis heute irgendwie verfolgt. Vielleicht hast du aber auch schöne Momente gehabt, die du gerne wieder haben würdest, aber nie wieder haben wirst. Die Vergangenheit ist ein sehr kompliziertes Thema, aber wie es der Name schon sagt, es ist in der Vergangenheit und so schön oder grausam das Ganze auch gewesen sein mag. Den Moment wirst du nie wieder erleben können, deswegen müssen wir lernen damit umzugehen, ohne dass es unsere Gegenwart und unsere Zukunft zu krass beeinflusst. Ich habe dir insgesamt 5 Tipps mitgebracht, wie du loslassen kannst und mit deiner Vergangenheit endlich abschließen kannst. Die beiden besten Tipps, die mir am meisten geholfen haben, mit der Vergangenheit abzuschließen, die gebe ich dir am Ende des Videos. Tipp Nummer 1 ist es einfach, dich auf Dinge zu konzentrieren, die du beeinflussen kannst. Wenn du an die Vergangenheit denkst, dann hast du vermutlich Angst, vielleicht Zweifel, vielleicht verspürst du auch in der Magengegend irgendwie so richtig viel Stress. Und da stellt sich natürlich die Frage, wo kommt der ganze Stress eigentlich her und was kann man dagegen tun? Das kommt wirklich daher, dass du das Gefühl hast, hilflos zu sein. Du bist eine Sache ausgesetzt, die du nicht mehr beeinflussen kannst. Damals hättest du es beeinflussen können, aber der Zug ist leider abgefahren. Deswegen hilft es nichts, wenn du dich darauf konzentrierst und es verursacht einfach nur Stress in deinem Körper. Deswegen stell dir einfach mal die Frage, kannst du die Vergangenheit ändern? Die Antwort ist nein, kannst du natürlich nicht. Aber kannst du Lektionen lernen aus deiner Vergangenheit? Die Antwort ist ja, du kannst Lektionen lernen. Und die nächste Frage, die du dir dann auch noch stellen kannst, kann ich kontrollieren, wie ich die Dinge interpretiere? Durch welchen Filter ich das Ganze mir angucke? Auch da ist die Antwort natürlich ja, du kannst selber beeinflussen, wie du Dinge einordnest, wie du die interpretieren magst. Und selbst wenn du vielleicht schon Schlüsse gezogen hast und Sachen interpretiert hast, das kannst du nachträglich immer noch ändern. Deswegen, ich glaube Schritt 1, der wird schon sehr viel helfen, wenn du einfach einsiehst, dass du nichts mehr daran ändern kannst. Und es ändert auch nicht in deinem Kopf, irgendwelche Szenarien auszumalen, was viele von uns auch gerne machen. Hätte ich in der Situation das gemacht, dann hätte mein Freund nicht Schluss mit mir gemacht. Hätte ich das gesagt, dann hätte ich vielleicht mehr Gehalt bekommen in der Gehaltsverhandlung. Aber so funktioniert das Leben leider nicht. Du kannst dir zwar vielleicht die Fragen stellen, aber dann auch nur um ein besserer Mensch zu werden, dass du vielleicht in Zukunft besser handeln wirst. Und das war's, mehr kannst du nicht machen. Tipp Nummer 2, dein Gehirn verarscht dich. Klingt erstmal heavy, aber es ist so. Dein Gehirn, in den meisten Fällen, tut die Vergangenheit besser wahrnehmen, als sie eigentlich war. Das weiß jeder, der vielleicht auch schon mal eine Trennung hinter sich hat. Nach der Trennung kommt dir der Mensch vor, als wäre es der Engel auf Erden gewesen, als wäre es die beste Beziehung gewesen und du hast die rosa-rote Brille an und denkst, nein, wie kann das nur vorbei sein? Die Realität ist aber, es gab Gründe, wieso ihr euch getrennt habt. Und das ist nur ein Beispiel. By the way, wer Probleme hat, über seinen Ex hinweg zu kommen, da habe ich eine Episode drüber gemacht, die verlinke ich euch hier. Und auch in dem Text der Episode, die hilft wirklich weiter. Da möchte ich dir den Tipp geben, was immer hilft, wenn du irgendeine Situation hast in der Vergangenheit, die dich immer noch beschäftigt, schreib dir bitte eine Liste und schreib in die Liste rein, was in der Situation schlecht war, wieso es gut ist, dass es vorbei ist. Und du wirst sehen, dein Gehirn wird langsam auch wieder lernen, dass die Situation vielleicht nicht so schön war, wie du es in Erinnerung hattest. Und dass es langsam aber sicher wieder Zeit wird, sich auf die Gegenwart zu konzentrieren und im Hier und Jetzt zu leben. Die Frage ist jetzt, wieso verarsch dich dein Gehirn eigentlich? Die Antwort ist, unser Gehirn und wir selber, wir lieben bekannte Sachen, die wir kennen. Da fühlen wir uns wohl, deswegen heißt es auch die Comfort Zone. Und genau deswegen haben wir Angst vor dem Unbekannten. Das Unbekannte hat uns schon immer Angst gemacht, schon als wir Neandertaler waren und das ist auch heutzutage noch so. Und dementsprechend versuchte sich dein Gehirn einfach nur ein Stück weit zu beschützen. Die Vergangenheit kennst du, die Gegenwart nicht. Das ist auch so ein Ding, was man immer wieder hier oben sich bewusst machen muss. Und man muss sich einfach erstmal selber dabei ertappen. Du musst dein Gehirn ertappen, wie es dich verarscht. Und du musst auch mal drüber nachdenken. Du bist eigentlich in eine Person oder in eine Situation verliebt, die es gar nicht mehr gibt. Ich gebe dir zwei Beispiele. Das eine ist eine Beziehung, die vorbei ist. Ihr habt euch getrennt. Du denkst so, oh Gott, wir hatten so eine schöne Zeit. Du erinnerst dich aber an den Menschen am Anfang der Beziehung. Nicht am Ende, als ihr euch gestritten habt und es eigentlich gar keinen Sinn mehr hatte, zusammenzubleiben. Und das zweite Beispiel ist natürlich, du bist vielleicht in eine neue Stadt gezogen und denkst, oh mein Gott, ich war jetzt noch mit meinen Kumpels in, keine Ahnung, in München hatten wir die beste Zeit und ich vermisse es. Und ich würde so gern wieder da hinziehen und die warten alle auf mich. Realität ist, deine Freunde sind überall in die ganze Welt hinausgezogen. Die Realität gibt es gar nicht mehr. Deswegen musst du immer wieder klar machen, dass was in der Vergangenheit war, war in der Vergangenheit und du kannst ja nicht mehr zurück. Was ich hier aber auf jeden Fall auch sagen möchte, es macht keinen Sinn, die Vergangenheit schlecht zu reden, weil es kann auch schöne Momente gegeben haben. Bei Situationen, mit denen du Probleme hast, darüber hinweg zu kommen, würde ich sagen, mach eine Liste mit Dingen, die schlecht waren oder schlecht sind. Und bei Situationen, die schön waren, aber jetzt leider nicht mehr Teil deines Lebens sein können, da würde ich eine Liste schreiben für Dinge, die du dankbar bist, die du in der Zeit erleben durftest. Das ist ganz wichtig, weil die Vergangenheit, muss man nicht schlecht reden. Tipp Nummer 3, im Moment leben. Achtsam sein. Achtsamkeit ist ein Riesenthema in unserer Gesellschaft und das völlig zu Recht, weil weder die Vergangenheit noch die Zukunft sind eigentlich real. Hä? Ne, wirklich, die sind nicht real. Die hat es mal gegeben, die wird es mal geben, aber es gibt nur den Moment, hier und jetzt. In dem Moment, wo du meine Stimme hörst, wo du mich siehst hier in dem Video, das ist der einzige Moment, der existiert. Deswegen, es lenkt dich ab, dein Leben zu genießen und in die Hand zu nehmen, wenn du zu sehr in die Vergangenheit denkst. Je besser du eigentlich dann wirst, im achtsamen Leben, im Moment zu sein, desto weniger wird dich die Vergangenheit wirklich beschäftigen und beeinflussen. Wenn du mehr über das Thema lernen möchtest, auch da habe ich schon eine Episode darüber gemacht, über Achtsamkeit, Meditation, möchte ich dir hier auch mal verlinken. Das wird dir auf jeden Fall weiterhelfen, weil das ein Riesenthema ist, was ich hier nicht komplett ausrollen kann. Ein ganz kleiner Tipp, den ich dir jetzt schon mit auf den Weg geben kann, ist es, jeden Tag 10 Minuten zu meditieren, einfach Handy-Timer zu stellen, Augen zuzumachen, tief durch die Nase einatmen und langsam durch den Mund ausatmen. Und versuchen, an nichts zu denken und wenn ein Gedanke kommt, keine Geschichte darum zu bauen. Und wie gesagt, wenn du mehr hören möchtest, hör mal in die andere Episode rein. Also, das waren jetzt schon die ersten drei Tipps, ich hoffe, da war schon was Hilfreiches für dich dabei. Wenn du täglich Motivation möchtest, ich meine wirklich tägliche Videos mit Weisheiten, guck mal auf meinem TikTok-Kanal vorbei, da lade ich täglich Videos hoch. Auch auf YouTube gibt es YouTube-Shorts, wer das nicht kennt. Ich freue mich über jeden Abonnenten auf YouTube, das bringt mich ein Stück weit, um einen Traum zu leben. Deswegen lasst gerne ein Abo da, ich würde mich mega darüber freuen. Wer die beiden Tipps hören möchte, die mir am meisten geholfen haben, in der Vergangenheit abzuschließen, der muss auf Spotify meinen Podcast abonnieren. Es ist für meine loyalen Fans, die mich seit Tag 1 begleiten. Die Episode ist dann nur für euch, da gibt es die Tipps, es lohnt sich wirklich, da reinzugucken. Deswegen muss ich mich hier schon an der Stelle von vielen verabschieden. Danke fürs Zuhören, bleibt positiv und wie gesagt, verpasst nicht die Bonus-Tipps und wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich wünsche euch von Herzen nur das Beste. Euer Marco.